Oh, Freunde, ich bin gleich fertig. Oh, ich hab's gleich geschafft. Ey, warte mal, wer schreibt mir denn in diesen ungünstigen Moment gerade? Nun gut, Freunde, ich hab hier gerade eine wichtige Nachricht von einem Admin aus meinem Discord bekommen. Wollen wir mal schauen, was der jetzt gerade von mir will. Hä? Was schreibt der? Ey, Emily, spiel mit Tower of Hell und wenn du das schaffst, musst du dich komplett zeigen. Ah, Freunde, das ist schon eine richtig coole Idee. Wie wär's, wenn wir es einfach mal ausprobieren? Naja, und wenn ich Tower of Hell schaffe, muss ich mich dann halt zeigen. Hm, und weil ich der größte Noob in Obis und vor allem Tower of Hell bin, wird das auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Deswegen würde ich sagen, let's go! Okay, Freunde, und hier sind wir auch schon. Und zwar mit dem guten Uzi, der das auch vorgeschlagen hat, das Ganze. Und mit der lieben Mia zusammen. Die werden mich hier tatkräftig unterstützen. Und, Freunde, ich werde auf jeden Fall alles geben. Aber wie ihr wisst, ich bin einfach super, duper schlecht. Deswegen wird es sehr, sehr lustig, wie weit ich komme. Und ob ich es überhaupt schaffen werde. Oh Gott, oh Mann, Freunde, ich muss sagen, die erste Stage ist einfach schon unmöglich. Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, Habt ihr schon mal Tower of Hell komplett geschafft? Oder, Freunde, seid ihr genauso ein Noob wie ich? Also, ich habe es wirklich nur ein oder zwei Mal geschafft. Aber Tower of Hell ist wirklich Tower aus der Hölle. Und ja, ich darf auch schon wieder von neu anfangen. Let's go! Das Ganze haben wir zwar 7 Minuten Zeit, Freunde. Aber kann wirklich sein, dass ich jetzt diese ganzen 7 Minuten direkt hier am Anfang bleiben werde. Weil irgendwie, keine Ahnung, Freunde, dieses Stage ist unmöglich. Ey, ich fühle mich wie der größte Noob. Ja, wir sehen uns wieder, wenn ich es mal in Jahren geschafft habe. Freunde, glaubt ihr mir, dass ich das geschafft habe? Das glaubt ihr mir niemals. Ich glaube das selber nicht. Und es geht auch schon direkt weiter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Freunde, wir müssen jetzt gut auffassen. Oh Gott, ich habe es einfach verpasst. Oh, Freunde. Oh Gott, und jetzt. Ah, wie konnte das passieren, ey? Ja, Freunde, jetzt darf ich alles nochmal von vorne machen. Und das war für eine kleine Pups, Emily, schon ein riesiger Fortschritt. Okay, auf ein Noob. Ey, das kann nicht sein. Oh mein Gott, das war wirklich super Glück, Freunde. Jetzt muss ich nur noch schaffen. Perfekt. Nee, das war es anscheinend nicht. Okay, ich muss ein bisschen früher springen. Nee, Freunde, das war es auch wieder nicht. Noch mal und ich springe jetzt. Ja, ich habe es geschafft. Okay, Freunde, jetzt ganz vorsichtig. Oh mein Gott, ihr seht, es ist wirklich eine Millimeter. Oh Gott, ey. Kein Kommentar dazu, Freunde. Aber ich bin ja auch schon wieder hier. Und deswegen, ja, oh mein Gott, war das knapp. Werden wir versuchen, das zu schaffen. Und Usi, der uns das Ganze hier vorgeschlagen hat, Freunde, ihr glaubt es nicht. Der hat einfach das Spiel verlassen. Und ich bin schon wieder falsch gesprungen. Ich sage es euch so, wie es ist. In diesen zwei Minuten, ja, 20 ungefähr, werde ich hier auf jeden Fall gar nichts mehr schaffen, Freunde. Ja, wir werden, ich will wenigstens diese eine Stage jetzt noch schaffen. So, bei den Bogen habe ich hier mittlerweile auch raus. So, Freunde, und jetzt nimmt er uns hoffentlich mit. Ich springe und, nee, oh Gott, oh Gott. Noch zwei Minuten. Ich springe und ich habe wieder verfehlt. Ja, okay, nimmt er uns mal so mit. Nee, schade, Freunde. Oh, und jetzt, ey, ich bin wirklich ein Noob. Aber Mia da unten ist auch wirklich der größte Noob, ey. Okay, Freunde, ich habe es hier drauf geschafft. Und jetzt muss ich diesmal richtig abspringen. Emily, du springst richtig ab. Ich drehe noch eine Runde, denn ich... Oh, mein Gott, Freunde, ich habe es geschafft. Ich bin ja doch kein Noob. Schaffe ich Tower of Hell in... Oh, Gott, oh Gott. In... Oh, wartet kurz. In einer Minute. Ich sage es euch ehrlich, ich glaube, das wird nichts. Aber wir schauen mal, wie weit ich in einer Minute komme. Freunde, vielleicht ist ja doch das Video jetzt schon beendet. Und ich muss mich zeigen. Hä, warte mal. Ah, ich muss hier lang gehen. Okay. Hä? Okay. Dann hier einmal eine Runde, Freunde. Und dann springe ich hier drauf. So, zack. Und hier. Oha. Und... Oh, mein Gott, Freunde. Das sieht doch eigentlich recht gut aus gerade. Ich bin schon, glaube ich, über der Mitte. Zack. Ähm... Hä? Wo muss ich denn jetzt lang? Hier. Okay. 30 Sekunden. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Freunde, werde ich es schaffen. In der kurzen Zeit. Oh, jetzt muss ich noch warten, bis dieser Würfel hergekommen ist zu mir. Oh, Mann. Braucht er lange. Oh, ho, ho, ho. Das war knapp, Freunde. Aber ich sehe auch schon das Ziel. Komm schon. Nee, das werde ich auf jeden Fall niemals im Leben schaffen. Schade. Mammelade. Aber zum Glück startet die Runde ja wieder von neu. Und, Freunde... Wow. Wow, wow, wow. Was muss ich machen? Alter, was war das denn mit... Ich habe gerade irgendwie gar nichts verstanden. Also, nochmal auf ein neues. Ähm, ja. Und jetzt? Ah, was muss ich hier machen? Ähm, toll. Ich glaube, ich hätte das mit dem ersten Versuch machen können. Also, machen müssen. Also, nochmal von vorne. Und diesmal schaffen wir das. Let's... Oh, mein Gott. Und es geht auch schon weiter. So, konzentrieren, Emily. So, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Alter, Freunde. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich. So, zack. Okay, jetzt hier. Und, ähm, da. Wo muss ich da lang? Ah, okay. So. Und ich bin auch schon bei der Hälfte. Alter, Freunde. Ich bin so gut. Naja, ich lobe mich doch lieber nicht zu schnell. Denn ich muss das Ganze ja durchschaffen, damit ihr mich seht, Freunde. So, hier lang. Okay, wir sind jetzt schon bei dieser Stage. So, Freunde. Hä? Was geht denn hier ab? Okay. Einfach so ein schwarzer Kasten. Ähm, okay. Hier lang, Freunde. So. Easy peasy. Zack. Oh, zack. Das war knapp. So, jetzt hier. Oh, nicht sterben. Bitte, Emily. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Freunde. Das sieht doch richtig, richtig gut aus. Okay. Ich habe sogar ein sehr... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ein sehr gutes Gefühl. Oh, mein Gott. Nein. Nein. Freunde, lasst uns nicht drüber reden. Wirklich. Ich könnte gerade weinen. Das wäre fast ein Sieg geworden. Aber was ist los? Emily konzentriert sich nicht. Emily stirbt. Und jetzt dürfen wir das Ganze nochmal von vorne machen. Das ist nicht mein Ernst, oder? Und hier sind wir jetzt auch schon wieder. Und das Mädchen, also die Mia, die gerade mit mir hier ist, die hat auf jeden Fall jetzt, ja, dieses Ding gekauft, dass man, ähm, Checkpoints hat. So heißt das, Freunde. Nicht Spawnpoints. Und das heißt, wenn ich sterbe, Freunde, habe ich... Oh, mein Gott. Zum Glück bin ich gestorben. Oh, mein Gott. Ansonsten, ja, hätte ich mich töten müssen. Aber jetzt dürfen wir das nochmal neu machen. So, Freunde. Oh, Gott. Da ist sie wieder runtergefallen. Oh, Mann, ey. Wir sind jetzt hier wieder bei der schwarzen Stage. Upsi. So. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Oh, was geht. Jetzt können wir das Ganze sogar zusammen machen. So. Nicht sterben. Emily, ist das dein Ernst? Oh, Mann, ey. Und warum werde ich jetzt wieder bei der grünen Stage gespawnt? Das ist doch einfach nur verflixt und zugenäht. Aber, Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich auf jeden Fall ein bisschen weiter bin. Okay. Wir sind jetzt bei der lilanen Stage. Oh, Gott. War das schon knapp? Und das Mädchen, mit dem ich bin, die hat es auf jeden Fall schon geschafft, Freunde. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob ich es auch schaffen werde. Aber irgendwie ist das hier nicht meine Stage. So. Zack. Zack. Oh, ich habe es geschafft, Freunde. Das sieht doch richtig gut aus. So. Nicht sterben, Emily. So. Nicht sterben. Oh, mein Gott, Freunde. Ich habe es fast geschafft. Das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht mein Ernst, oder? Werde ich das Ganze jetzt noch in zwei Minuten schaffen? Freunde, ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall jetzt in den nächsten Minuten sehen. Ja, ja. Also, ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Alter Falter. Um zu wissen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Okay, Freunde. Eigentlich muss ich mich jetzt nur noch töten. Dann komme ich zu meinem Checkpoint. Let's go. Und ab hier können wir jetzt einfach easy, oh mein Gott, easy peasy weitermachen. So, Emily. Oh Gott, oh Gott. Das war sehr, sehr knapp. Bitte macht das nicht noch einmal. Oh Gott, das war auch super knapp. So, abwarten. Los geht's. Zack. Freunde, das sieht gut aus. Ja, was? Schon wieder? Ey, das kann doch nicht sein. Und sie hat einfach Zeit dazu gekauft, Freunde. Oh mein Gott. Ich muss das jetzt auf jeden Fall schaffen. So, noch einmal so sterben, Freunde. Zack. Let's go. Okay, Freunde. So, jetzt werden wir es auf jeden Fall schaffen. Und wenn nicht, sind wir die größten Noobs auf der ganzen Welt. So, zack. Wir haben es fast geschafft. So, noch eine Minute 55 oder so, Freunde. Ha. Das ist nicht wahr. Das ist absolut nicht mein Ernst. Oh mein Gott, Freunde. Bitte hasst mich nicht dafür. Aber ich bin halt wirklich so ein Noob. So. Okay, dann wollen wir mal weiter. So, Freunde. Ähm. Alter, bin ich eigentlich doof? Ich muss mich doch nur töten. Oh Mann, ey, Freunde. Ich bin jetzt so konzentriert gewesen, dass ich es vergessen habe. Aber ich werde es jetzt machen. Keine Sorge. Ich werde mich für euch umbringen, damit ihr mich endlich seht. Okay, Freunde. Die letzte Stage. Ich werde das jetzt schaffen. So. Rüber. Zack. Okay. So. Hier einmal. Hier. Oh, Freunde. Das ist knapp. So. Jetzt hier. Zack. Zack. Okay. Und jetzt festhalten. Das, das kann nicht sein, Freunde. Das, das ist ein Bug oder so. Irgendwas ist verpackt. Emily. Warum hältst du dich nicht fest, ey? Du musst nur deine kleinen Hände da reingreifen. Und dann hätten wir es schon zehnmal geschafft. Aber nein. Emily hat irgendwie keine Lust, dass wir uns heute zeigen, Freunde. Ich weiß es auch nicht. Aber ich werde jetzt durchziehen. Das ist nicht mein Ernst, oder? Das ist nicht mein Ernst, oder, Freunde? Ich muss euch ehrlich sagen. Das sieht einfach nur schlecht aus. So. Wir versuchen jetzt noch die letzten 20 Sekunden. Wir könnten es sogar vielleicht noch schaffen, Freunde. Wenn wir es nicht schaffen, dann habe ich Pech gehabt. Das kann doch nicht sein. Okay. Noch zehn Sekunden, Emily. Reiß dich am Riemen. Bitte reiß dich zusammen. Mach das Ding jetzt einfach. Oh mein Gott. Das war's, Freunde. Das wird nichts mehr. Oh Mann, Freunde. Was soll ich euch sagen? Ich habe schon ein bisschen geahnt, dass ich es nicht schaffen werde. Aber, Freunde, es war eine super coole Challenge. Und auch super duper spannend. Und wenn du bis hierhin dran geblieben bist, dann schreib doch mal in die Kommentare. Hey, steht Emily, du bist ein Noob. Aber, Freunde, falls euch dieses coole Roblox-Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und tschüss.